Nein, ich will das ja elegant machen. Bei weniger elegant wäre es mich einfach von der... ... dort hinwerfen zu lassen. Das wäre so fein gewesen. Wenn dann nicht der olle Scheiß-Dings wäre. Ah ne, die könnte ich vermutlich sogar noch gebrauchen. Gut. Jetzt lese ich mich erst mal wieder kurz ein. ... ... Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Ich glaube. Was bist denn du da eigentlich? Ne, wir können so nicht. Was hab ich hier? Ne. Ah, eindeutig zu spät. Und das ist auch eindeutig zu spät. Und gegen den muss ich bestimmt noch kämpfen. Und auch ein... Was mach ich denn hier schon wieder? Wenn ich mich nicht allzu viel drehen würde, dann wäre es vielleicht... Ah, ne. Hier, was ist denn da? Na, wo sind wir denn hier? Doch, gucken wir uns doch erst mal gleich... ...ganz in Ruhe an hier. Da ist Kirche. Okay, wir gehen erstmal gesmoothed an Land. So. Mit großem Wasserbecken. Dann sind wir einfach... Drei Stück. Ach so. Wenn es vielleicht... Äh, wenn es einfach nichts ist. Dann bin ich nicht. Es weiß man nicht. Nö. Mir geht es! Es hat Angst. Es ist nicht so. Es ist so. Jetzt ist es nicht so. Geh doch! Mein Gott! Und ich soll hier einfach mal so... ...wohnen... ...sob mir nix. Nix, nix, aha. Deswegen soll ich drauf kriegen. So. Ja, die können wir uns natürlich erst in der zweiten Runde schnappen. Das ist sicher. Wieso nix? Warum denn nicht? Nix, 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 nix. Also jedenfalls erstmal noch nicht. Warum auch einfach, wenn's eigentlich so kompliziert gehen kann? Juhu! Aha! Ja! Feuerfallen! Oh! Oh! Hier versteckt? Oh! Ja! 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 Gut! Ja gut, da kommen wir auch erst später ran. So auch nicht. Ja! 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 Was ist denn eine Arschratte? Da kann ich ihn doch nämlich auch nicht sehen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Was soll ich jetzt bin ich wieder hier? Oh, ich kriege ihn. Na? Wie ist denn der Geräusch noch so gescheit? Na ja, da muss ich nicht gehen. So, wir sind mal kurz weiter. So, wir sind jetzt hier. Moment. Ich muss ihn noch gar nicht. Da will ich weg! Das ist ein Mischal. Das ist ein Mischal. Das ist ein Mischal. Warum nicht? Boom! Nein! Scheiß Viech! So leuchtest du! Da kann ich stehen rein. So! 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 Ist das reichen? Oder auch nicht? Alter, geh mir diese Drecksviecher auf'n Keks, ne? Boah, was? Lol. Damit hab' ich ja gar nicht gerechnet. Ach so. Gut, erstmal wieder kurz einlesen. Was hab' ich gemacht? Ach so, so ist das. Was hab' ich gemacht? Was hab' ich gemacht? Was hab' ich gemacht? Was hab' ich gemacht? Halleluja. Was hab' ich gemacht? Was hab' ich gemacht? Was hab' ich gemacht? Wie geht mir sowas von auf'n Senkelschlom wieder, ne? Was hab' ich gemacht? Es ist das einfache, wenn du... Na? Lass' dich doch mal treffen! So ist das einfacher. Jetzt hab' ich schön lange Zeit. So ist das einfacher, wawker. Wawker? Nein! Wawker! Geht doch. Geht doch.